so was wollte zu sagen es gibt ein paar ganz keine kapseln was hier gebacken ist erste geschütze ist weg nächste feuer habe man das geschütze über die ohr von mir meine richtung da bist du gleich über den berg da finden sie nicht mehr anballern nachladen ich komme jetzt auch mal mit einer skype oder so was ja das machst du richtig das ist immer gut ich auch wir hätten es in sandara ich weiß jetzt gleich was wieder passiert wenn ich in der skype spawne ist die nächste flack gerammt da hat mich boah habt ihr dort schon einen nein dort haben wir noch gar nichts das haben wir gerade mal glaub ich ein bisschen aufs mal bekommen da steht aber ein sandara in der nähe ja fallangst fallangst ist weg vorne der ja immer schön kuh drücken wenn er sowieso auf irgendwas zielt uuuuuh kommt mal rein den galaxy hat's gecrasht glaube ich ooooh verdammt oh guckst du das nicht an sowas nicht nur ooooh hier ist ja voll der brutale luftkrieg hier ist alles brutal was ist denn hier los ooooh ich kann gar nicht so schnell reparieren wie die auf meinem schönen flugzeug rumballern das ist ne frechheit ja das kenn ich auch ja das kenn ich auch du sollst auch schnell rausspielen hier ey oh das hier ist ein richtig schöner camp 4 ist endlich mal die action wir haben sie gefunden ja hier ist action Mist ja ja ich hab ja heute schon mal mit anderen geurteilen und da hab ich so gesagt es ist kein Regen wie immer und nicht so mal gucken ne ja genau so dass mich jeder abschießen kann aber das ist ja auch die ähm so punkt a ähm ach nee was soll denn ähm welche taste ist das für die Fahrzeugoption wo du das Squat stellen kannst äh Hilfe runter ja welchen felsenfest hier ey hab sie alle beide oh man nice glaub ich muss mich jetzt selber fehlen nein scheiße der war doch alter oh komm ich raus hier haben wir ähm uaaaaa ja haben wir genau wieder ne ja ja boah ne ich muss nicht selbst töten schade ich hab's überlebt ich find verrückt ich hab mich jetzt hier im Busch und metze alle nieder expected voll leider kannst du mich selbst töten nicht und dann tut vielleicht auch ein Felsen nein da war es ja ihr sieht mich keine sau ich steh mir mitten drin ich weiß da gar nicht nee hätt ich halt mal nicht gesagt nicht gut, nicht gut, nicht gut nicht gut, nicht gut, nicht gut das macht nix ich meine ich ich kann nicht so lange werden sie kommen damit es 50 max 50 einheiten werden mich herum und wollen mich töten das ist immer zu leer endlich aber obwohl ich die Nacht hier noch einiges cooler finde aber insgesamt bin ich die Nacht noch einiges cooler ja gut Seife so muss das sein können wir neu visieren Karte rein also Seife, falls du alle dabei rauskommst Vorsicht Bäh und Anrichtung erobert rein hier nein doch what the fuck ich hab keinen einzigen punkt gekriegt naja ja wieso das denn ja danke danke oder haben wir keine gekriegt ja haben wir doch ja 250 xp habe ich mehr ja ich hab auch 250 xp bekommen Alter Gott wo ja ja das ist doch nicht wahr haben wir ein neues Target nein Sekunde ich versuche ich spawn erstmal irgendwo einfach der Masse nahe einfach der Masse nahe ja einfach der Masse nahe jetzt sind noch zwei Typen ja zieh mal auf den Minimap da sind richtig geile viele Leute grad abweg hohohoho jo zwei einen hab ich hier nächste Checkpoint direkt da oben fünf Meter entfernt zweiten Abschau sehr schön sehr schön die leute immer reparaturen wollen und dann immer weiter rennen und weil sie keine Ahnung weil sie sind und einfach nicht auf den reparierer warten wollen fahren wir hoch Sandor oder normal normal mit so kleinen Dinge aaaaaaah ups ich wollte nicht was machst du denn für Geräusche ich wäre beinah unter dem Panzer gefahren da wollte ich ja nicht unbedingt hin mit Taste H Seife H wie Haribo man oder so ja oder hey 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 Pro war das natürlich ui das Handler kriegt aber Dresche von hinten au wer ist denn das weg werden auch mal zu Fuß oh ist jemand Sunny oder Helm muss deployen der Pro wurde hier gerade gekillt was muss ich hier vor mir rum deployen dein Sanderer hinstellen hier woher soll ich denn herziehen außen ich hab keinen im Popo ich hab ich hab dann hab ich schon hab ich schon dann ist doch gut dann ist doch alles dran okay ich hab sie gesehen ich hab sie gesehen so Emu liegt hier an der Ecke der Helm ist tot und frisst kein Brot Hilfe 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 Scheiße ich hab leider keine egal da ist ein da steht ein Sandra sorry Commander I have no ähm I'm no son so eine Sprache die muss man unbelievable genau die Fanate ui scheiße ach scheiße also ich geh jetzt erst mal hm also er hat den geworfen hat der da auf mich geschehen also da hinten also ich geh jetzt als Sanitäter rein wirklich weil das regt mich auf gut gut oh dringend medic kann jemand drüben drüben nee wir haben nicht nicht einen ja jetzt komm ich erst mal Spawnleuchte rein also wer braucht medic ich komme die Leute mit'n Kreuz aufm Kopf ach soweit war ich auch schon doch das ist schön wo warst du da hehehe die Leute die leben alter da hinten kommt dann irgendwie vielleicht davon an der Radarschüssel da ist einer feindlicher Spion in Welt eingenommen ich bin das Ding hier auch gerade ein kann noch ein bisschen dauern da kommt ein Flieger zwischen den zwei in den Haufen im Felsen aus da läuft er hier alter hast du ihn sehen halten ne ich hab auf dem Fliege geballert da ist der nächste da ist er da ist er das gleiche der rennt hin und her der GANATE HEP was soll der vor wie der hat eine Granate in geschmissen Mist ich hab da gerade eben den Toten gesehen aber ich wollte den doch oi da ist er an den Fuß von an den Fuß von aaaaaaah wo schießt du den hier Panzer Hubschrauber von vorne Helm waaaaaah ah leider ah ich wart noch 5 Sekunden dann ist er eh uns wo haben die denn her ich komm mit dem Sundera ich wiederhole ich komm mit dem Sundera owa ja Mist jetzt bin ich tot schieß auf den auf den machst du für alle Felschrauber den müssen wir gleich haben den Punkt oder jede Sekunde ooooh bei der 3 da ist einer ne jetzt geht er zurück es geht er zurück shit da oben ist ein feindlicher Lightning das sind mehr als ein Lightning mein Sundera ist tot schade ich komm mal mit dem Panzer ihr seid ja alle tot Leute verdammt ja da standen auf einmal zwei Panzer unten ein Lightning von hinten der Flieger das war ein bisschen übel Leute es ist so eine Schließung ich darf schon mal mitteilen dass ich Angst habe so alleine haha könnte mal jemand wieder deployen oder irgendwas tun weil ich kann jetzt doch jetzt mal mit so einem Flash an ne der ist schön wer kann fliegen von euch ich nicht jetzt bin ich platte ich bin am Ende wieder alle vorbewerden dass es so schlicht hau's damit jetzt darf ich 900 Meter laufen wie geil wir haben ein Aschdabelt abzuhalten ähm man kann dort deployen auch ach ne kann man nicht blitzen aber in der Nähe halt wie kommt man denn da hin oh da ist auf einmal ein Panzer kack aber zum Glück und verkehren wir vorbei ey kein Zock mit dem ich würde mal stehen bleiben das ist bei 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 ok fahr mal lieber weiter ich bin so weit entfernt oder du bist der Busch ach du scheiße also dieses Sporting ist ja auch total wirklich nackt der sagt mir ich bin näher dran und am Ende bin ich weiter weg hey lubo willst du mit fahren oh ein oh Mist oh Mist ich komm dran ich hab mich noch gekillt ey ach der Panzer ist noch platt eh noch nicht der Panzer ist platt ah oben jetzt ist er ja ok ganz unauffällig höchsten weg der da ist haha oh ist doch gut hier kann man schön fahren und jetzt kann die nichts mehr spawnen guck mal da oben was da los ist ich hab sie mal markieren alles voll da oben ok mein Quack lebt noch aber nice also nee ich komm mal hier auch für mich nicht zu lösen haha aber ich haha ja 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 doch mich schon sowas kann ich immer in mein let's place sagen aber hier in dem let's place geht das wahrscheinlich nicht genau danke für die Hilfe ich bin ein Stück nach vorne gefahren ich drücke ich drücke ich bleib jetzt einfach mal das oben hier falls hier irgendwo falls hier irgendwo falls hier irgendwo natürlich jetzt bin ich da jetzt ist mein Flash tot oder auch ok vorsicht genau raket dran ja ich seh doch dafür kriegen wir jetzt ein raket hin Sichtkontakt zu leichter Angriffseinheit des Gegners da komm ich nicht dran verdammt ich bin hier gegen den Stein hier ich bin hier ganz ein bisschen weiter und gehe dann einmal in den Hufa rum wenn das geht so ja genau danke bitte Alter ich muss noch ein bisschen seitlich ich jetzt noch welche sehen würde jetzt ne Max Einheit von uns gut ok ich glaub wir haben jetzt erstmal den Vormarsch abgedrückt ich glaub auch kommen wir da irgendwie hoch drumherum warum das musst du ausprobieren das sieht schlecht aber das wäre ich nicht so schuld mit das ist unterfällig ok das oh nein t irgendwie hab ich Helden an Mist Rutala da ist jemand da ist jemand BLEI OCH umdrehen Ne, jetzt vergesse ich es. Ne, 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 hau ab, hau ab. Der ist unwichtig. Ich meine, ein Typ, der wird uns wohl nicht alle umprägen. Am Ende ist er im Kampf verloren. Nur wegen Abtüren. Ey, warte, machst du sowas? Sowas? Äh, jetzt. Am ersten Mal. Nein, äh, irgendwie, äh. Machst du das jetzt, ob das, oder? Ja, ich schon mal gucken. Erst mal gucken, wo ein Virus wird. Ist jetzt hier nur wer im Panzer? Okay. Warte, ich muss mal ganz kurz... Ja, ich, ich reparier in der Zeit. Alter, gib ihn auf! Alter, gib ihn auf! Wenn wir das auffahren, hat mich nicht mehr gefahren. Ich repariere schon wie irre. Sind hier, danke. Okay. Hat jemand auf mich geschossen, ich musste wieder einsteigen. Ach, hier oben, Flieger. Oh, 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 oh. Hau ab hier! Hau ab hier! Hau ab hier! Ja, ich bin dabei. Versuch mal hier in die Ecke. Hier drunter. Wir fahren hier drunter. Ah, wir hellen deinen Panzer jetzt raus. Nein, nein, nein. Ist er nicht. Ist er doch. Ist er. Okay. Hehehehehehe. Und wer ist denn hier? Stopp! Niemand hat das Eis nicht erhöht. So. Ah, fuck. Mein Gott sei Dank. Verdammt! Ich komm mal, ich versuch mal, ich guck mal, ob ich Sun and Ross bauen kann und wenn ja dann... Boah, ist er heftig. Ich bring die ganze Welt hinter Deckung. Kann wir mit so einem Flugzeug, wo wir umgehen? Mit so einem, wenn einer mit einem Helikopter fliegt? Schreck! Echt? Ja, probieren wir mal aus. Also, ich kann mit jedem umgehen als mit dem Galaxy und das mit dem Dingsporn, das war nur ein Fehler. Das war wirklich nur, das war nicht so... Das... Es passiert mir sonst nie. Ich schwöre, ich schwöre auf meinen Hund, meinen anderen Hund, meinen Computer, meine Katze, ich hab keine Katze. Oh, okay. Mein Computer und ich bin Computer. Oh, Gott. Ich bin eigentlich schon am Garten der Computersicherheit, deswegen ist das ein... Das kann nicht sein. So. Mist. Was? Wann wieder? Von dem gleichen... Dreimal hintereinander oder was? Harry Bowman, könnte ich bitte mal deine Taktik verraten? Könnte ich bitte mal deine Taktik wissen? Ist Harry Bowman eigentlich ein Fass? Nein, ich glaube nicht. Sag mal, Harry Bowman... Alter! Ooooooh! Nein, das... Wie hat's das jetzt? Am liebsten würde ich dir jetzt einfach mal Team killen, weil sowas ist scheiße. Das war super nicht. Wieso bin ich jetzt am Robgate? Ach nein... Ja... Ach, du bist bei mir gespawnt? Keine Ahnung. Ich bin aber einmal bei Robgate. Ja, dann steig doch mit den Hubschrauber. Ja, ich... Welchen hast du genommen? Ich komme, ich komme. Welchen hast du denn genommen? Ich komme, ich komme. Welchen hast du denn genommen? Okay... Ist nur die Nummer 9. Äh... German... Hier, da... Und jetzt? Und jetzt? Wer kommt da in grün angeflattert? Auf jeden Fall nicht der Helft. Ja, siehst du ja das? Ähm... Ah... Guck, guck mal... Das ist Service, ne? Im Moment übrigens auf zwei... Ähm... Dinger verteilt. Also sie können jetzt auf jeden Fall keine ähm... Weiteren ähm... Gegner... Oh nein, äh, äh, äh... Falsch. Ich hab was Falsches gemacht. Leute, sie können jetzt keine Gegner... Keine Gegner mit dem Panzer messen wollen. Die hab ich nämlich... Sind ist... Ist leider... Besetzt... Ist voll. Doch. Sie schießen die eigentlich auf uns, ey. Das verstehst du. Ein Teil... Ein Teil von uns ist ähm... Seabed Listening Post. Und ein Teil von uns ist Intercom Array. Also wir sind im Moment auf zwei verschiedenen Punkten. Das ist nicht so günstig, weil dann... Leute, beim Intercom Array... Leute, beim Intercom Array... Leute, beim Intercom Array... Ist ein feindlicher Galaxy... Mit vier Insassen. Dreck dir mal bitte runter, danke. Sag mal... Wo sind wir denn? Ist der Einsatzpunkt nicht mehr gut, oder was? Doch, Intercom Array ist genau der Einsatzpunkt. Na dann. Der Com Array ist eigentlich... Ja, dann flieg ich mal hoch. Punkt Spannenden. Das Gute ist jetzt halt, dass noch ein... Kommt euch bitte um den Galaxy. Der könnte nämlich richtig gefährlich werden. Der wird's nicht überleben. Der wird's nicht überleben. Helm, du musst dir mal äh... Angucken, wie das bei The Crone ist, ey. Du fasst es nicht. Ohne Witz, da kommt... Was weiß ich... Die ganze Besatzung von Team Blau und Team Rot... Man hat alles haben. Wo ist denn... Wer hat mich denn gerammt? Boah... Irgendwer hat uns gerammt. Äh... Okay... Okay... Aber volle Pulle, ne? Ja, haben wir aber noch überleben. Ja, aber wie? Ja... Wir stürzen ab, 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 wir stürzen ab. Ja eben. Ey... Ich lieg wie jetzt nicht, weil ich abstürzt will... Oh oh oh... Ich repariere... L 오�abenn steig aus Austeigender Interpreter... Ja, fuck! Oh, ich hab doch immer angeh어. Es wird doch... das wird doch als jung. Außer Helm haben, soll nicht überleben. Das ist doch super! Leute, das wird doch als Team kill gewertet. Das wird doch als team kill gewertet. Was ist... Oh Mann. Welcher... ...hörnige... ...hirrisch hat mich denn da gerammt. Nein, das war noch Leute! Echt, warum das denn, warum? Oh, hier wurde A übernommen, da geh ich jetzt mal hin. Okay, da stehen sie schon. Loll, okay, also... Nein! Leute, Frage, wie kann man sich diese Frauenleuchte holen? Das ist schon den R-Kritsch, oder wie man auch immer dazu sagt. Ich bin's einfach mal so. Ich bin's einfach mal nicht im Kampf, weil ich jetzt einfach mal ne Sache sehe. Ich muss einfach nur im Menü auf Zertifizierungen gehen und dann steht da unten Truppführer. Hilfe! Auf... Jeder Punkt wird übernommen. Zum Glück hab ich das schon, also, ja. Alter, ich hab diskriminierend sogar diesmal richtig ausgesprochen, normalerweise brauch ich dafür 20 Anläufe. Und cool. So, jetzt mal gucken, was die da machen. Oh, 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 da stehen sie schon. Schlange. Und ich killen mich. Frage, wie du bist eigentlich der Jüngste von dir? Der Jüngste von dir? Oder willst du's wissen? Ja. Oder der Jüngste, der kann über den ganzen Gesicht in den... Nein! Oh Mann! Also ich bin fünf. Genau. Fünf? Okay, da bin ich im Tentel, Alter. Ich hab's nicht geglaubt. Wieso? Also... Hier ist aber übel. Das kannst du besser. Zeig sie ihnen! So, Truppführer. Achso, hier, ähm, Befehle. Ah, ich hab ihn gefehlt. Geil. Der Arme. Das ist geil. Also, ich glaub... Das heißt, es stehen viele. Noch was Technisches kurz vielleicht zwischendurch, wenn euch irgendjemand dem TS mal übelst zu viel redet, dass wir überhaupt nichts mehr mitkriegt. Dann kann man Rechtsklick machen, auf den Lautstärke anpassen. Ungefähr auf Minus... Äh, na... 10 Dezibel oder so. Und dann ist das nur noch ein angenehmes Hintergrundgeräusch. Und ich weiß nicht, dass du... Ja, Schatz, ich hab dir das gerade alles bei mir gemacht. Das kann nur wirklich sein. Wie kommst du jetzt da drauf? Das kann gar nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warte, Markus. Du sagst ja kaum was. Okay, Leute, wo geht's hin? Jetzt holen wir grad mal den Punkt zurück, wo wir immer die ganze Zeit rauskommen. Hier. West Highlands Checkpoint. Der war nämlich fast weg. Ja. Okay, dann komm ich jetzt auch mal dahin. Ja. Ich hab dreimal versucht, hier hinzukommen, aber naja. Und oben der Punkt. Haben wir den eingenommen? Jetzt der uns. Hey. Hey. Also West Highlands geht der Balkengrad wieder voll. Die scheinen weg zu sein hier im Moment. Wie sieht's denn hier aus? Achim, warte. Und? Und? Gleich, gleich, Achtung. Touchdown. 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 Aura mit Labs haben wir jetzt grad erobert. Äh, erobert. So. Also kein Team mehr? Ah, da ist er mit der Galaxy. Mist. Machen wir jetzt einen größeren Einsatz auf der HK Amt Station oder? Jo. So kleine. Geben wir mit dem Thundra rein. Ich mein, wir können jetzt fast via Thundra. Wir können ja eigentlich alle einen Thundra nehmen und dann würde es ja eigentlich schaffen. Ja, nicht weit, ne? Also nehmt jetzt mal immer einen Thundra und dann gehen wir alle in diesen Thundra rein und der ist dann sozusagen unser Pilot. Okay. Wo willst du da hin? Äh, muss ich gucken, ob ich mein, ähm, ähm, ähm. Nein, das machen wir nicht, weil 10.000 Leute einfach mal andere Vehikel nehmen. Ich kann den raus, ich... Jetzt muss ich erstmal was finden. Komm mal nachher. Ja, ich komme. On my way. Ja, toll. Wie sollen wir da denn den Thundra drauf spawnen lassen? Das mache ich. Ja, hier die hier. Das ist kein Problem. Das macht bumm, dann ist das Ding weg. Zack. Geh weg da. Was ist das? Läuft. 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 plain. war das denn jetzt in drinnen meine er konnte aber gut fliegen ehrlich okay dann kufen einfach los geht's wo dann müssen wir überhaupt ähm ähm playclaw können wir hier querbeet durchheizen ich kann ja mal gucken wir fahren einfach mal wir fahren einfach quer durch da wo der panzer lang fährt da waren wir auch wunderbar einfach hart norden da kommt er nicht rauf aber wir doch da schaffst du da ein bisschen schräg da ist irgendwie was ich glaube da geht es ja da geht es dann zu tun die richtung stimmt ich komm schießt mal hier leute mit eurem flinke der 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 wobei jetzt abwärts er auch 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 okay am besten noch mit diesen anlaufenden hinten werden wir aber da ist ja die Ecke müssen zu merken der Falle der alle waren der Stich und den und alle waren mit so einem kleinen Quart über die Kante ja jetzt Prozent was ich sehe das ist ja auch schon die hat ja das gehört ich halte an die Gründer doch das Das ist gerade alles von dem Teheran eingenommen. Quatsch. Also auf der Karte ist es noch gut. Ja, wir sind ja noch nicht an der DAKA am Station. Achso, alles klar. Das ist das größere, das ist der kleinere Teil hier. Das ist die Teleportstation. Das ist die Teleportstation. Das ist die Teleportstation. Genau unter dem Munitionsturm-Symbol. Oh, Munitionsturm? Ich sehe keinen Munitionsturm. Auf der Map. Ey, das ist eigentlich voll perfekt, ne? Das ist ein Sunrun mit hier Muni-Verteiler, wie das Ding heißt. Ich will fahren, ähm. Ähm. Mit den Füßen. Unter dem Munitionsturm. Ich sehe da nix, Tschutschke. Kann man mich nicht freuen, ja. Ja. Soll. Sie stehen jetzt. Okay, da läuft einer. Wo ist da? Ja, zwei. Gibt es hier irgendwo so einen Seitenangang? Ja, hier ist er doch. Wunderbar. Ja, das finde ich auch nicht. Doch, hier ist er doch. Warte, ich muss ein paar Meter zurücksetzen, ich kann erst... Äh, äh, äh. Vorsicht. Erstmal fährst du ihn. Ne, Vorsicht. Nochmal drei Meter beiseite. Hier irgendwo dazwischen. Da kann ich deployen. Nein, das fack geht ned. Ich fahr ned weit. Geht mal bitte den Außenweg, sonst fahr ich euch leider platt. Ich fahr hier nur ein bisschen... ...hoch, wenn ihr hier anhält. Halt, 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 halt. Scheißdreck. Du wirst wieder runterrutschen. Ich muss fünf Meter um die Ecke. Jetzt kann ich dich deployen. Vorsicht! Generator, zerstört! Ah, ne, kannst du... Nein, der hat grad... Ach, dann ist... Egal. Letztmal die Rückkehrsgegen die Wand rumhängen. Ja, jetzt kannst du deployen. Jetzt kannst du deployen. Kann ich nicht. Kann ich nicht, hier ist alles voll. Aber, weil der hat SKE zerstört. Einfach rein, jetzt. Ja. Attacke. Jetzt ist schon alles uns. Oh, Mann. Ihr kommt zu spät. Wie... Ihr kommt zu spät, wie immer. Ja, aber wie können wir jetzt noch Punkte einnehmen? Ja, Punkte auf jeden Fall. Ja, ich kann nicht mal aber keinen Punkt. Das können wir. Tausend Punkte gibt das mal. Ja. Beide, solange wir es noch auf denen vor uns ist. Die haben ja noch... Die haben ja noch nicht gedacht. Boah, wir haben das voll... Ab so vielleicht. Aber ich sag nicht. Guck mal, was hier los ist. Guck mal, wie viel Panzer. Ist ja irre. Wir kommen schon so auf die Folge. Und am... Wahrscheinlich ist... Wir sind dann bei der Folge so leise, dass man mich in der Aufnahme ganz versteht. Wenn du dich weißt. So, wenn du dich... Na du... Na ja. Na ja. Na ja. Wer hat denn dieses nechliche … Hier? Hier. Leute ihr braucht bestimmt alle Munition. Wolle Munition kaufe? Ha ha. Genau. Will keiner mehr zu lassen. Ja, ja ich komme noch nicht. A nein, leg mich. Weil er manter das alles nicht. Weil er leckerst er versteckt. Ja, ich leckte ohne Ende. Ja, ich leckte ohne Ende. Nein, das ist für mich auch. Punkte, ja Punkte, genau. Soll ich mal ein Fahrzeug spawnen hier unten, wo die Leute alle stehen? Das sind 10 Mann, wirklich. Oh, tschüss. Tschüss. Bespät einmal. Ja. Was war der Vorgänger von Planet Zite? Was war der, ähm, welches Spiel? Von Planet Z, ähm, förmlich? Jede Menge, würde ich sagen. Das war so ein Schissen. Von wem, von was? Von Sony, oder was meinst du? Von Sony und Planet Zite, wenn wir die Spiel gemacht haben. Wir haben jedenfalls, ähm, wir haben davor natürlich Planet Zite gemacht, aber der direkte Vorgehende da vorne. Kein Plan. Das find ich wirklich. Denn das war Bullet Run. Bullet Run! Ah, siehste. Hab ich auch mal ein bisschen gezockt, aber leider... Leider war es blöd, Bullet Run wegen den Waffen. Die sind zu schnell kaputt gegangen und dann, äh... ...mutzte sie die eh mal retten. Das hat mich genervt. User in der Channel, time down. Doch! Nein! Ja! 21 und 22 und ich werde wiederbelebt. Wer hatte die nämlich zum Leben? Ja! Gott, das ist höch. Warte, ich guck mal. Wir müssen gleich mal auf Esam hier, der Oma... ...rumhampeln. Was ist hier eigentlich los? Wie kann das denn? Ich hatte ein Frame, verdammt nochmal. Das leckt, weil hier ungefähr 10.000 Euro... Mensch, bei mir läuft noch die Aufnahme. Ja, Flugzeug ist recht vor meiner Nase. Boah, guck, der ist ja. Der Helm ist da schon. Nee, nee, nee. Einfach nur Helm reicht. Da haben Verwirrung vor der Wind. Ich hätte schon wieder jemand überfahren. Der gefühlt. Man hat gehört, der letzte Wunsch... Wie wärs, wenn ich zwischen den... ...Panzern Tango tanze? Stellt dich nochmal hin, ich spang nochmal hin. Na genau, wir machen nachher mal... ...mach... ...so ein Fahrtraining. Nur zwei, drei Mann stellen sich so wie Hütchen in die Reihe... ...und die anderen müssen drumherum fahren. Aber da stell ich mir nicht als Hütchen. Das kannst du vergessen. Da haben wir eine Richtung her umwand. Wir haben die Einträume her umwand, Leute. Wir müssen jetzt einmal... Der Woppy gewinnt. Der fährt direkt alle Platten. Alter, läuft! Was ist denn los? Feinige Scheiße. Oh Mann. So. Äh... Genau, hatte. Ich verkünde es im Chat. Map Esamir. Äh... Wie heißt das Scheißding? Moment, sorry. Genau, Esamir. 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 In Englisch heißt es Deploy. In Deutsch ist es Einsatz. Esamir. Direkt über Fairamp Station. Da draufkommt.